Heute nehmen wir euch auf eine Reise mit zur Klosterruine Hirsau. Das Kloster Hirsau, gelegen in der malerischen Schwarzwaldregion in Baden-Württemberg, hat eine lange und bewegte Geschichte. Es wurde im Jahr 830 von Graf Ellervried von Kalf gegründet und war ursprünglich ein Benediktinerkloster. Die Anfänge des Klosters Hirsau reichen bis ins 9. Jahrhundert zurück. Ursprünglich als kleines Mönchskloster gegründet, erlangte es im 11. Jahrhundert unter Abt Wilhelm von Hirsau große Bedeutung. Wilhelm führte die Hirsauere Form ein, die eine strikte Einhaltung der Benediktinerregeln und eine Erneuerung des Klosterlebens vorsah. Im 12. und 13. Jahrhundert erlebte das Kloster seine Blütezeit. Es wurde nicht nur zu einem spirituellen Zentrum, sondern auch zu einem wichtigen Ort der Wissenschaft und Kultur. Das Kloster Hirsau beeindruckte eins mit seiner prächtigen Architektur. Besonders bemerkenswert war die romanische Basilika St. Peter und Paul, die mit ihr schlichten Eleganz und ihrer kunstvollen Details ein Meisterwerk der damaligen Baukunst darstellte. Zahlreiche Veranstaltungen wie Konzerte und Führungen bringen das historische Gemäuer zum Leben und bieten eine besondere Möglichkeit, die Vergangenheit hautnah zu erleben. Die Ruinen der Kirche, die mächtigen Mauern, geben noch heute einen Eindruck von der ehemaligen Pracht des Klosters. Leider blieb auch das Kloster Hirsau nicht von den Wirren der Geschichte verschont. Im Zuge des Dreißigjährigen Krieges wurde es 1648 schwer beschädigt. Ein weiterer Schlag folgte 1692, als französische Truppen das Kloster zerstörten. Seither blieb es eine Ruine und wurde nicht wieder aufgebaut. Heute ist die Klosterruine Hirsau ein beliebtes Ausflugsziel und ein Ort der Besinnung. Die malerischen Überreste der Gebäude und die wunderschöne Lage im Nargoldtal ziehen jährlich viele Besucher an. Besonders im Sommer, wenn die Ruine von üppigem Grün umgeben ist, entfaltet sie eine einzigartige Atmosphäre. Musik 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 Danke, dass ihr euch Zeit genommen habt, um mehr über die Klosterruine Hirsau zu erfahren. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Kommentar und abonniert unseren Kanal für weitere spannende Geschichten. Bis zum nächsten Mal.